GZSZ-Star Felix von Jascherow ist laut Bericht der BILD 2024 beim nächsten Dschungelcamp in Australien dabei. Wie BILD berichtet, ist GZSZ-Star Felix von Jascherow 2024 Kandidat bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Damit würde der John-Darsteller auf Kollegen wie Jörn Schlünfogt, Raul Richter, Felix van Deventer und Eric Stehfest folgen. Seit fast 23 Jahren macht Felix von Jascherow als John Bachmann bereits den Berliner Großstadtdschungel in der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, unsicher. Wie BILD berichtet, wird er die Dreharbeiten in Babelsberg im kommenden Januar unterbrechen, um am RTL-Dschungelcamp in Australien teilzunehmen. Das will die große Tageszeitung aus Senderkreisen erfahren haben. GZSZ-Star Felix von Jascherow liebt Action. Abwegig wäre das nicht. Denn der Schauspieler, der eine Ausbildung zum Stuntman absolvierte, liebt Action. Anfang November nahm er zum wiederholten Mal an der VOG-WM von TV Total teil. Wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr ehrgeizig bin, erklärte er, nachdem sein Vierer VOG aus der Kurve geflogen war. Am meisten habe ihn geärgert, nicht 150 Prozent gegeben zu haben. Für seine Teilnahme spricht außerdem, dass Felix von Jascherow ein absoluter Publikumsliebling ist. Vergangene Woche erst war er mit Anne Menden und Chrysanthi Kawasi im großen GZSZ-Special in Paris zu sehen. Auch das Timing würde stimmen, denn seine Hauptspielpartnerin Kawasi ist schwanger wird sich Anfang 2024 in die Babypause verabschieden. Das Dschungelcamp war für Felix von Jascherow früher keine Option. Zumindest vor drei Jahren erklärte von Jascherow in einem Interview mit Promipool allerdings noch, dass das Dschungelcamp nichts für ihn sei. Ich bin Künstler und das Format ist für den Zuschauer vielleicht ganz angenehm. Aber meine Befürchtung ist, wenn du da reingehst, dann wirst du als echter Künstler nicht mehr so richtig wahrgenommen, so der Schauspieler damals. Sich zur Schau zu stellen, sei nicht sein Ding. Du verlierst an Realness, wenn du bei solchen Formaten mitmachst. Wir sind gespannt, ob er sich um entschieden hat.